So, jetzt kommt ein Witz von Bledman aus Miami. Let's go. Bledd! Da sitzt zwei Gestalten auf dem Ast, weißt du? Einer ist Vogel, einer ist Arsch. Da sagt der Vogel zu dem Arsch, ey, Bledd! Du bist doch gar kein Vogel. Sagt der Arsch, doch, ich bin Vogel. Warum denkst du, ich bin nicht Vogel? Ja, du siehst gar nicht aus wie Vogel, sagt der Vogel. Wenn du wirklich Vogel bist, dann kannst du auch sicher schön singen. Da sagt der Arsch natürlich, ich bin Vogel, ich kann singen. Sagt der Vogel zu dem Arsch, naja, dann sing mal. Und dann macht der Arsch.